Hey Skat-Freunde! Zeit mal wieder für eine kurze, knackige Analyse und die Partie, die ich euch heute mitgebracht habe, die stammt aus dem Rocket, also aus diesem Jackpot-Format, bei dem eine kurze Distanz gepaart mit Streichergebnissen dazu führt, dass du dich als Spieler nicht so hinten reinsetzen kannst. Im Gegenteil, da musst du ganz schön offensiv reizen. Die anderen tun das auch. Gelegentlich führt das mal zu Frustration. Aber es kommen natürlich auch kuriose, zumindest mal ungewöhnliche Spiele dabei raus und Verläufe. Und wenn du dann mal so eine Flocke irgendwie glücklich gewinnst, dann ist das natürlich auch ein besonders schönes Gefühl und so eine Geschichte erzählt man gerne weiter. Diese Partie also nicht von mir gespielt. Ich bin ja beim Rocket schon qualifiziert, wurde mir zugetragen und was da sich genau ereignet hat, dazu kommen wir gleich. Vorher noch ganz kurzer Hinweis auf meinen Kooperationspartner Holy Energy, der bessere, der gesündere Energy Drink zum Mischen. Und ich kann es euch wirklich empfehlen. Holt euch doch mal mit dem Bonuscode SCATLERN5 über den Link, den ich euch unten in die Beschreibung gepackt habe. Das Probierpaket. Probiert euch durch die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Schreibt mir gerne mal, welches eure Lieblingssorte ist. Meine ist der Raspberry Raptor. Den habe ich hier in dem anderen Shaker drin. Und ja, mich hat es wirklich überzeugt und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall erst mal Prost. So, und was ist denn jetzt hier passiert? Die Karte sieht ja erst mal stark aus. Zwei Bauern, zwei Asse, noch die zehn dazu. Auf jeden Fall soll das Ding und wird das Ding gereizt werden. Mittelhand passt auch sofort. Wunderbar. 18 Ja, 20 Ja, 22 Ja. Vorhand hält. Erste schlechte Nachricht oder zumindest mal nicht ganz so toll. Natürlich hätten wir das Spiel hier gerne für 22 bekommen, um reinzuschauen und die Peak-Option noch offen zu haben. Aber natürlich ist die Karte viel zu stark, um jetzt aufzuhören. 23 Ja, 24 weg. Und das zwingt uns jetzt natürlich zur ersten richtungsweisenden Entscheidung. Handspiel oder reinschauen. Was hat Vorhand eigentlich gereizt? Hat der wirklich Null gereizt? Hat der uns über Null rüber gehoben? Hat der vielleicht kreuzgereizt? Ist alles ein bisschen unklar. Dazu kommt eben noch jetzt hier dieses Rocket-Format. Du brauchst ja auch viele Punkte. Da bist du eher bereit, mal ein höheres Risiko einzugehen. Also, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Ich denke mal, ich hätte mich für einen Peak Hunt entschieden. Kommt mir schon so vor, dass der gar nicht so schlecht aussieht. Obwohl der natürlich ohne Trumpf voll ist und mit dieser Karo an der Seite auch seine Problemstellen hat. Das sind jetzt nur mal die zwei offensichtlichsten. Also, der kann natürlich auch stark nach hinten losgehen. Also, Spieler hat sich entschlossen, reinzuschauen. An guten Tagen liegt jetzt Kreuz Bube und vielleicht noch Pick Ass oder irgendwas. Aber an schlechten Tagen liegt Karo 9 und Dame. Ja, und jetzt nächste Frage. Was machen wir denn jetzt? Spielt ihr jetzt den Kragen? Versucht ihr hier ein Schneiderspiel? Wahrscheinlich sehr schwer, ne? Oder vielleicht macht ihr das, was der Spieler dann auch gemacht hat. Er drückt genauso, wie er gefunden hat und sagt jetzt das Kreuzspiel an. Das ist schließlich dann noch nicht überreizt. Aber das braucht jetzt sicher einen sehr glücklichen Verlauf. Und der kam auch wie folgt zustande. Aufschlag, Pick Ass, Pick König, Pick Lusche, 15, Pick 10, Pick Dame, Pick Lusche. Und dass Pick hier 2-2 steht, war sicher fast zwingend die Voraussetzung, das Spiel zu gewinnen. Jetzt wurde es später auch noch wirklich wichtig, dass das sofort in der Eröffnung gespielt wurde und hier quasi das Tempo noch dem Spieler gegeben wurde. Also zweimal Pick gespielt wurde, Pick Lusche jetzt hoch. Es ging weiter. Karo Ass, Karo König, Karo Lusche. Also an der Stelle sicher klar, inzwischen Vorhand hat hier wohl nicht den Null gereizt. Er hat selber irgendwie ein paar volle und ja, dann vielleicht auch noch Kreuz Bube. Hat der etwa auch Kreuz gereizt? Man weiß es noch nicht. Auf jeden Fall schon 43 liegen. Und als nächstes kam dann Karo Lusche, Karo 10. Und das ist natürlich erneut eine gute Nachricht in zweierlei Hinsicht. Erstens mal, dass Mittelhand sich nicht getraut hat, im dritten Stich aus Karo König 10 da die 10 durchzuladen, nachdem er schon zwei Pick gesehen hat, die bedient wurden. Verständlich von daher. Trotzdem wichtig und eine gute Nachricht. Und vor allen Dingen, dass die Karos halt auch 2 zu 2 stehen und jetzt nach dem Einstich wirklich alle Karos und alle Picken schon raus sind. So, erstes Mal natürlich die erste Entscheidung, wie stechen. Kreuz Ass ist, denke ich, naheliegend. Wie setzt ihr jetzt das Spiel fort? Ich meine, es fehlen natürlich noch die sechs Trümpfe. Und ich glaube, es ist schon naheliegend, jetzt hier auch mit dem Buben fortzusetzen. Man muss hier dieses eine Tempo mit dem Bauern ja auch für sich entwickeln. Wenn der Kreuz Bube genommen wird, hat man den Herzboom, um dann einen Tempostich zu machen. Ja, man muss gucken, ob man gegen Trumpf 3-3 irgendwie spielt. Dann steht die Partie vielleicht jetzt schon auf Sieg. Wenn nicht, ja, dann kann es eben schwer werden. So, was passiert? Trumpf Lusche, Karo Bube weiterhin am Stich. Wie geht es jetzt weiter? Tja, ich meine, Herz Bube werden wahrscheinlich viele spielen. Vielleicht den Herz König, den Trumpf König. Aber tatsächlich steht die Partie nach dem Karo Buben auf Sieg mit einem Motiv, was wir natürlich auch schon mal gesehen haben. Aber in dieser Konstellation, in dieser Herleitung mit Sicherheit noch nicht. Es muss jetzt die Trumpf 10 kommen. So war die Restverteilung, um eben jetzt gegen Trumpf 4-1 oder 4-2 ursprünglich jetzt noch 3-1 sicher zu gewinnen. Und genau so war es auch Vorhand mit dem Kreuz Buben. Und hier Trümpfen Kreuz dagegen hat selber ein bisschen auf diesen Kreuz spekuliert mit Pik Ass 10 und Karo Ass an der Seite. Und Mittelhand hat gerade eben mit dem Karo Buben das Spiel erst uns geschenkt. Denn der Karo Bube ist ja eine Karte, die du typischerweise schon legen sollst, wenn der erste Trumpfstich Pik Bube und Trumpfdusche von deinem Partner ist. Aber natürlich in einer ganz anderen Konstellation, um das Trumpf Ass zu schützen gegen den 6-Trümpfer mit 2. Nein, das ist mal das Hauptmotiv. Und das kann ja an dieser Stelle schon gar nicht mehr eintreten. Denn das Trumpf Ass war schon weg. Und darüber hinaus ist ja auch in der Beikarte schon ganz viel geklärt worden. Also Karo Bube hier quasi so ein bisschen Autopiloten-mäßig, wie man es gerne macht, aus zwei Trümpfen, war hier der spielentscheidende Fehler, der jetzt dem Alleinspieler die Chance gibt, mit der Kreuz 10 das Spiel sicher zu gewinnen. Ja, denn, da zeigt sich das eben auch, wie wichtig das mit dem Tempo war, der Gegner hier nimmt die Kreuz 10 jetzt natürlich raus. Er würde noch mehr bekommen, wenn er tatsächlich jetzt wartet und am Ende im letzten Stich dann den Kreuzkönig nimmt mit dem Kreuz Buben und der Herz 10. Dann bekommen sie 59. So ist es ein bisschen weniger. Und jetzt kommt eben dem Spieler hier auch noch zu Pass, dass er jetzt mit dem Herz Ass eingespielt werden muss, dieses eine Tempo bekommt. Deswegen, dass eben auch krass wichtig war, dass Pik am Anfang auf den Tisch kommt und nicht etwa erst Karo. Nach den beiden Trumpfzügen macht die Pik Lusche tatsächlich den letzten Stich und das Spiel ist gewonnen. Ja, große Freude, großer Jubel und eine Partie hier zum Analysieren. Was können wir daran lernen? Also, okay, Rocket ist ein bisschen verrückt, ein bisschen mehr reizen. Niemals zu früh aufgeben, wenn es entsprechend sitzt, kann so ein Spiel eine Chance haben. Und dann braucht man manchmal noch den entscheidenden Fehler und der kam hier nur zustande, weil hier so ein bisschen so ein Autopiloten-Move gemacht wurde, aus einfach bestellten Karo Bube der Karo Bube gezeigt, aber in einer Situation, in der das offensichtlich nicht mehr eine gute Idee gewesen sein konnte. Ja, hoffe, ihr fandet das auch ganz amüsant und geht so gesehen jetzt mit einem Lächeln auf den Lippen und vielleicht einer Partie-Skat noch vor der Brust oder am Wochenende in das Wochenende. Wünsche euch ein sehr angenehmes, ein sehr angenehmen Freitag, Freitagabend und Wochenende und natürlich wie immer gut Blatt und Prost. Wünsche euch ein sehr angenehmes, ein sehr angenehmes, ein sehr angenehmes, ein sehr angenehmes.